Wir waren aber auch bei uns und er hat uns auch mit Dringendienst noch zusammengearbeitet und alles sowas, ja. Also jetzt dann schon mit den Kindern und Kindeskindern, aber der hat uns auch noch eine ganze Menge erzählt, wie der so groß geworden ist, dass er sich dann zusammenschlossen hat mit verschiedenen anderen Unternehmen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.